Alarmierende Rekordstände. In ihrem jüngsten Bericht zum Weltklima stellt die Weltorganisation für Meteorologie eine beunruhigende Diagnose. Demnach gibt es mehrere Klimafaktoren, die Höchststände erreicht haben, und zwar die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, der Meeresspiegelanstieg, sowie die Erwärmung und die Versauerung der Meere. Das globale Energiesystem ist kaputt und bringt uns immer näher an eine Umweltkatastrophe. Fossile Brennstoffe sind eine Sackgasse, ökologisch und wirtschaftlich. Der Krieg in der Ukraine ist ein weiterer Weckruf. Die einzige nachhaltige Zukunft ist eine erneuerbare Zukunft. Wir müssen die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe beenden und den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigen, bevor wir unsere einzige Heimat verbrennen. Die Zeit läuft uns davon. Laut UNO waren die vergangenen sieben Jahre die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 2021 lagen die Temperaturen demnach 1,11 Grad über dem vorindustriellen Niveau. UNO